Hallo und herzlich willkommen. Schöne Sache. Wir haben eine Gruppe gebildet, wie Sie gesehen haben. Wir zeigen Ihnen heute tolle Vlies-Westen und Vlies-Jacken. Die haben es in sich, weil die wärmen. Das ist wirklich die Spitzenklasse. Wir haben alle in den letzten 1-2 Wochen einen kleinen Vorgeschmack auf die Temperaturen des Bevorstehenden Winters bekommen. Morgens und auch in den späten Abendstunden gehen die Temperaturen zum Teil schon auf 3-4 Grad runter. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis der 1. Schnee kommt. Bis der Winter mal so richtig Einzug gehalten hat bei uns in Deutschland. Da ist wärmende Kleidung ein absolutes Muss. Besonders dann, wenn man sich draußen aufhält. Wir haben jetzt in dieser Sendung 2 sehr schöne und angenehme Varianten, die nicht nur modisch top daherkommen, sondern die auch noch beheizbar sind. Das ist für die Damen speziell genau das Richtige. Wobei wir Herren freuen uns auch, denn auch wir haben gelegentlich schon mal ein bisschen Wärme um die Hüfte beziehungsweise oben rum. Da kann man sich mal ein bisschen länger draußen aufhalten, oder? Aber die steht dir gut hier, die Weste, sag mal. Ja, ich finde sie auch sehr, sehr schick. Also sie trägt sich auch sehr, sehr gut, wenn Sie das sehen. Also sehr schön angezogen. Wir haben hier unterschiedliche kleine Taschen auch noch eingearbeitet. Also hier so Brusttaschen. Und hier in dieser Tasche verbirgt sich so ein bisschen das kleine Highlight. Das kann ich Ihnen einmal zeigen. Ich greife hier mal rein und zeige Ihnen das. Schauen Sie sich das an, da ist dieser kleine Betrieb, mit dem ich dann die Wärme einstellen kann. Und das kann ich auch regulieren, so wie ich das möchte. Ob ich nur ein bisschen Wärme haben möchte, dann ein bisschen mehr oder auch sehr, sehr warm. Da wird dann meine Weste hier schön aufgeheizt. Und ich kann natürlich viel länger draußen im Kalten bleiben. Ich habe dieses wohlig angenehme Gefühl, diese Wärme, die dann kommt. Also das fühlt sich echt gut an. Das macht dann richtig Spaß, wenn man auch hier draußen mal unterwegs ist. Wir sehen hier, die Anne-Kathrin, die ist da auch unterwegs mit ihrer Jacke. Zack, angemacht und schon wird dir wirklich nicht mehr kalt. Gerade bei so einer Weste hast du ja immer hinten diese Rücken, die Nieren hinten. Das ist immer was, was dann schnell friert. Und das wird hier optimal geschützt. Wir haben hier außen dieses schöne Material. Innen ist es ganz weich. Ich zeige es auch immer von innen. Sie sehen hier dieses tolle Fließmaterial. Ganz, ganz weich, schmeichelweich hier. Also wirklich traumhaft schön gearbeitet auch. Das ist absolut perfekt, zumal man das Ganze natürlich auch als Wendeweste anziehen kann. Wenn es draußen etwas feuchter ist, wenn es regnet oder schneit beispielsweise, hat man diese tolle Nylon-Oberfläche von vorne. Da perlt natürlich auch das Wasser ab und auch der Wind geht nicht so schnell durch. Wenn man sie aber wenden möchte, kann man das ebenfalls tun. Dann hat man die Fließseite eben außen. Ist auch eine sehr kuschelige Variante. Katja hat vollkommen recht. Unsere Wendeweste, die beheizbare Wendeweste, hat hier einen Heizpatch im Rücken. Merkt man übrigens so gar nicht. Nein, sieht man auch nicht. Diese Infrarotwärme durch diese Carbonfasern perfekt wirklich in der ganzen Weste verteilt, sorgen einfach für eine schöne, wohlige Wärme. Beim Spaziergang, beim Motorradfahren oder auf dem Roller, beim Skifahren, beim Gassigehen, beim Rodeln oder aber übrigens auch für die Herrschaften, die leider im Rollstuhl sitzen müssen, die vielleicht trotzdem ganz gerne draußen ein bisschen unterwegs sein möchten, vielleicht beim Weihnachtsmarkt besuchen. Die frieren wahrscheinlich etwas schneller und da macht so etwas einfach Sinn. So, wir haben eine Kundenstimme aus Nürnberg. Der schreibt, unser Kunde, die Weste ist mittlerweile die dritte, die ich für meine Eishockey-Freunde besorgt habe. Hervorragend geeignet, wenn man mehrere Stunden auf dem Eis steht. Der Akku hält gute vier bis fünf Stunden bei mittlerer Heizleistung. Und da bin ich recht froh, dass er das sagt, denn wir haben drei verschiedene Heizstufen. Klein, mittel, beziehungsweise hoch, sodass man hier die Temperatur seiner Weste jederzeit auf die Außentemperaturen und auf seinen ganz persönlichen körperlichen Zustand einstellen kann. Wenn Sie also in der Zukunft draußen unterwegs sind und einfach eine extra Portion Wärme brauchen, ist glaube ich so eine Weste genau das Richtige. Vielleicht auch die Jacke, die wir Ihnen gleich noch vorstellen. Ich glaube, da ist für jeden Geschmack genau das Richtige mit dabei. Und preislich sind die sehr, sehr attraktiv. Ich glaube mal für unter 60 Euro kann man da eigentlich nichts gegen sagen, oder? Nein, überhaupt nicht. Wir haben sie natürlich in Ihrer passenden Größe für Sie bereit. Wir zeigen Ihnen nochmal eine Übersicht mit den unterschiedlichen Größen und den Bestellnummern, sodass Sie sich dann Ihre Größe raussuchen können. Hier sehen wir es eingeblendet. Größe S, Größe M, Größe L, Größe XL und Größe XXL sind hier zu haben. Unsere tollen, beheizbaren Fließwesten mit dieser schönen Infrarot-Technologie. Die nie wieder frieren. Suchen Sie sich da Ihre Größe raus. Also ob jetzt S, M, L, XL oder XXL. Das Schöne ist, die Westen sind absolut grössenecht. Das heißt, wenn Sie sonst auch an anderer Stelle eine Größe L zum Beispiel tragen, würden wir Ihnen auch hier die Größe L empfehlen. Wenn Sie sonst eine Größe M tragen, würde Ihnen auch hier bei der Weste die Größe M sicherlich sehr, sehr gut passen. Und unser Kunde aus Dresden schreibt uns übrigens, Motorradfahrer, liebe Größe an dieser Stelle, eine tolle Erfindung. Genial und leicht, super auch unter der Bikerjacke zu tragen. Für die Monate außerhalb der Motorrad-Saison ein äußerst nützliches Teil. Und so geht das reihum, so schreiben uns die Kunden permanent. Mensch, das ist aber wirklich mal eine tolle Idee. Die Weste sieht einfach klasse aus. Ist natürlich auch waschbar. Bitte nehmen Sie vorher den entsprechenden Heizregler raus. Das versteht sich, glaube ich, von selbst. Ist unten auch zu schließen, dass Ihnen der Wind eben nicht so wirklich von unten unter die Weste pfeift. Und wenn es richtig biestig kalt ist draußen, freut man sich über die extra Portion Wärme. Und die bekommt man hier auf drei verschiedene Heizstufen. Praktisch und schön, oder? Genau das, was man braucht im Winter. Ja, ich finde auch. Gerade wenn man auch mal so kurz rausgeht und es nicht noch so ganz biestig kalt ist, kann man die sehr gut anziehen. So eine Weste, die hält dann wirklich die wichtigen Stellen warm. Gerade diesen Rücken, diesen Nierenbereich. Der wird toll warm gehalten. So muss das sein. Da fühlt man sich gleich richtig wohl. Vor allem mit diesem Heizpatch da hinten am Rücken. Das schafft wirklich nochmal dieses Wohlbefinden. Da muss man sich nicht mehr drum kümmern, wie kalt es jetzt wird. Und dass man eine Erkältung bekommt oder so. Ich wende Sie gerade mal. Dann zeige ich Ihnen nämlich auch mal die Innenseite. Wie gesagt, man kann sie also jederzeit wenden. Wir haben diese kleinen Seitentaschen mit dabei. Und selbstverständlich kann ich sie auch jetzt schließen, wenn ich das möchte. Schauen Sie mal. Jetzt hat die Kathi mal die Nylonseite vorne. Und ich habe jetzt extra mal gewechselt. Das heißt, ich habe jetzt hier mal die Vliesseite nach außen gepackt. Die ist richtig schön kuschelig und gemütlich. Da jetzt vielleicht noch ein schönes Sweatshirt drunter. Wenn Sie morgens eben schnell zum Bäcker fahren, die Zeitung und die Brötchen holen zum Beispiel, muss man sich ja nicht immer gleich in die dicken Daunengeschichten reinquetschen oder die ganz schweren Skigeschichten da oder so weiter überwerfen. Dann doch lieber mal eben schnell in so eine praktische Weste reingeschlüpft. Eben kurz die Temperatur zugeschaltet und dann kann es auch ruhig mal ins kalte Auto gehen. Die Nieren und natürlich auch der untere Rücken werden entsprechend beheizt. Und das merkt man eben am ganzen Körper. Für unter 60 Euro eine ganz, ganz tolle Lösung für die unterschiedlichsten Bereiche des Lebens einsetzbar. Die Artikelnummern für die Weste sind von der Größe S bis zur Größe XXL fortlaufend. Da ist ganz bestimmt auch Ihre Größe mit dabei. So, jetzt gucken wir uns mal die Jacken an. Die sind auch klasse, oder? Na klar, gerne. Da schauen wir einmal. Wir sehen es hier schon einmal auch eingeblendet. Da haben wir auch die tollen Winterjacken. Der Kollege Herr Engelmann hatte auch eine. Ja, die trägt übrigens heute noch. Die ist also sehr, sehr zuverlässig. Auch nicht nur für eine Saison, sondern für viele Saisonzeiten durch. Und wenn es jetzt richtig biestig kalt wird und Sie vielleicht ganz gerne mal mit den Kindern auch mal rodeln möchten, so wie wir das hier ein Stück weit simuliert haben, sind Sie bestimmt froh, wenn das mal eine Stunde oder zwei länger dauert, wenn Sie einfach eine extra Portion Wärme mit auf den Weg bekommen. Hier sind natürlich nicht nur ein Heizpatch verbaut. Hier sind es gleich in der Summe drei. Sie haben ein Heizpatch im Rückenbereich, zwei weitere im vorderen Teil. Das heißt, Ihr kompletter Oberkörper ist wirklich hervorragend warm gehalten. Und dann verliert der Winter, zumindest wenn es um die Kälte geht, auch ein Stück weit seinen Schrecken. Und ich finde die Jacke richtig schön. Die gefällt mir richtig gut. Die ist auch modisch in den Guckern. Ja, kommen wir hier. So. Herrlich. Da kann der Winter kommen bei uns jetzt, meine Damen und Herren. Schauen Sie sich das an. Ich habe mich hier mal ganz zugemacht bis ganz nach oben. Sie sehen ein hoher Kragen, wirklich toll gemacht hier. Und auch von innen. Ich mache sie jetzt mal auf, um Ihnen das zu zeigen. Hier oben am Kragen toll mit diesem Vlies noch gearbeitet, damit Ihnen da auch nichts kratzt. Hier natürlich schön dieses Nylon wieder. Die Taschen wirklich toll. Hier unten auch wieder die kleinen Kordeln zum Festziehen, damit auch von unten keine Kälte reinkommt. Ich finde das super. Auch gerade hier die Seitentaschen. Da kannst du auch mal, wenn du jetzt keine Handschuhe zum Beispiel dabei hast, kannst du auch mal deine Handy hier reinpacken. Das hier finde ich super. Im oberen Teil, diesen kleinen Reißverschluss hier, da habe ich immer ganz gerne mal mein Handy dabei. Zum einen höre ich, wenn es klingelt. Zum anderen merke ich, wenn es vibriert. Und hier kann ich mal eben schnell zum Telefon greifen. Und wenn ich mal eben kurz telefonieren möchte. Ein super Kleingeldfach zum Beispiel. Natürlich mit Reißverschluss. Super. Auch mal für den Besuch auf dem Weihnachtsmarkt. Da sind Ihre Wertsachen einfach geschützt und können eben nicht so schnell gestohlen werden. Super finde ich den Punkt, dass wir natürlich auch jederzeit hier die Ärmel runter machen können. Ich zeige Ihnen das mal ganz kurz. Hier verdeckt sich nämlich unter einer kleinen Zierleiste auch ein Reißverschluss. Das heißt, Sie können aus dieser Jacke eben auch jederzeit eine Weste machen. Wenn Sie jetzt sagen, Mensch, das reicht mir eigentlich, die Jacke oder die Weste an sich, die ist so warm, da brauche ich die Ärmel jetzt nicht unbedingt. Weil Sie vielleicht ein bisschen mehr Freiheit haben möchten, ist das ohne weiteres machbar. Eben hier mit Reißverschluss ganz einfach die Ärmel dran beziehungsweise runter machen. Und wenn ich sie dran lasse, hier ist dieser kleine Steg mit drüber, dann sieht man es gar nicht wirklich. Also ich finde die schön und ganz ehrlich, also hier im Studio ist sie ganz schön warm, oder? Und ich zeige Ihnen jetzt mal das kleine Highlight. Das verwirrt sich hier innen. Sie sehen es jetzt hier. Da ist ein kleines Kabel und ein kleines Fach. Und wenn ich da mal reingreife, dann kommt hier diese kleine Akku hervor und da kann ich dann die Wärme zuschalten. Dann einfach ein links, schon leuchtet das kleine rote Lämpchen und die Wärmefunktion ist zugeschaltet und Ihre Jacke beheizt sich auch noch selber. Wie genial ist das denn? Eine Jacke dieses Beheizt. Da würde ich nie wieder frieren, wenn ich so eine Jacke habe. Wo ich wirklich dann, wenn ich friere, hier zack, die Heizung zuschalten und schon wird mir wieder kuschelig warm. Jetzt bin ich hier versucht, ein Klischee auszukramen und zu sagen, das ist doch für euch Mädels genau das Richtige jetzt hier, oder? Aber auch die Herren frieren ganz gerne mal, auch wenn sie es vielleicht nicht so häufig zugeben. Schuck dir meinen Kollegen Engelmann an, der da oben auf knapp 1500 Meter das Frösteln beginnt, das glaube ich ihm gerne. Aus Schweinfurt schreibt uns unser Kunde, ich habe jetzt schon die zweite Jacke als Geburtstagsgeschenk verschenkt und alle waren super zufrieden. Diese Jacke ist für alle Verfrorenen einfach Spitzenklasse. Übrigens auch sehr interessant, was unser Kunde aus Hamburg schreibt. Die Jacke ist wirklich super schön warm, sogar auch schon ohne den eigentlichen Heizakku. Sieht super aus und der Preis ist unglaublich günstig. Da hat er recht, wir bieten die Jacke in unterschiedlichsten Größen an. Auch hier von der Größe S für die Damen bis zu den etwas größeren Größen für die Herren in XXL zum Einheitspreis an von 94 Euro und 91 Cent. Für so kleines Geld kriegst du zum Teil noch nicht mal eine ganz normale Daunenjacke oder was, die dich mitunter leidlich warm hält. Hier hast du die drei Heizpatches noch mit dabei, natürlich mit Akku und allem drum und dran, sodass das Frieren definitiv der Vergangenheit angehört. Ja, auf jeden Fall. Und sie sieht, finde ich, auch schick aus. Also das ist eine Jacke, die ist wirklich zeitlos, die ist formschön, hier in diesem Schwarz gehalten, egal ob für Frau oder für Mann. Traumhaft schön gearbeitet, wirklich ganz, ganz schlicht mit diesem Nylon außen. Du kannst zur Weste dir selber umbauen, wenn du möchtest, einfach die Arme abtrennen hier mit den Reißverschlüssen. Zack, wird es eine Weste, wenn man die Arme mal nicht haben möchte. Ansonsten hier auch schön warm gearbeitet. Und ich zeige Ihnen hier einmal auch das Innenfoto an den Armen, wenn man das anschaut. Hier ist extra nochmal so ein Vlies eingearbeitet. Das heißt, hier kommt keine Kälte zu Ihnen rein, weil das hier wirklich mit diesem Vlies, mit diesem Gummiband schön abschließt. Da kann nichts reinkommen in den Armen, wirklich eine schöne, warme Jacke, die toll durchdacht ist und die dann auch noch Sie selber heizt. Das klingt nach Schneeballschlacht, habe ich so das Gefühl. Die Zeit, dass lange da bei der Schnee fällt, damit wir die Jacke auch mal ausnutzen können. Wir haben die Jacke, während wir hier, genau, unsere beiden Kollegen Anne und Guy nochmal bei der Schneeballschlacht beobachten, eben in den unterschiedlichsten Größen für Sie. Die ist eine Unisexjacke, das heißt für die Damen und Herren gleichermaßen zu tragen. Das geht los bei der Größe S mit der NC 80 64 und der 569. Und zwar rauf bis zur Größe XXL mit der NC 80 68 und der 569. Sie sehen, die entsprechenden Artikelnummern sind fortlaufen, können sich dann bitte für Ihre passende Größe notieren. Auch die Jacke ist sehr grössenecht, wobei ich bei der Jacke eher dazu tendieren würde, vielleicht eine Nummer größer zu wählen. Im Winter hast du vielleicht doch ganz gerne mal einen Pulli oder vielleicht mal einen Rolli oder sowas drunter. Das macht schon Sinn, da hast du einfach ein bisschen mehr Freiheiten mit drin. Aber allein die Tatsache, dass sie nicht nur klasse aussieht, sondern eben auch noch drei Heizpatches mit drin hat und dir genau die richtige Wohlfühltemperatur im Winter liefert, macht diese Jacke definitiv zu einem absoluten Highlight hier bei uns im Programm. Finde ich auch. Wirklich sehr, sehr schön. Angenehm zu tragen auch. Also wenn Sie hier schauen, oben dieser Kragen schön weit hoch, dann hier auch nochmal mit Fleece abgesetzt. Also wirklich ein traumhaftes Tragegefühl hier bei dieser Jacke auch. Schön gearbeitet, wie du schon angesprochen hast, mit den Reißverschlüssen hier oben. Dann die Taschen hier unten auch schön. Beide auch übrigens mit Reißverschlüssen, wenn Sie es hier sehen. Also auch beide zu schließen, dass da auch nichts rausfällt. Wenn Sie gerade mal, wenn Sie im Schnee wirklich unterwegs sind, einen Schlüssel reinstecken, dass jemand auch gut zu schließen ist, ohne dass es dann da rausfällt. Schlüssel, Kleingeld oder mal ein paar Leckerlis für die Hunde. Kennen Sie wahrscheinlich, wenn Sie selbst Haustiere haben. Überraschend ist übrigens auch, wie lange der Akku hält. Ist natürlich abhängig davon, wie warm Sie die Jacke einstellen. Sie haben drei verschiedene, beziehungsweise bei der Jacke zwei verschiedene Temperaturstufen. Sie können die Jacke auf 42 Grad Celsius hochheizen. Da kommen so ungefähr 4,5 Stunden mit dem Akku aus. Bei 45 Grad Celsius wären das ungefähr 3,5 Stunden. Aber ich denke, für einen schönen, langen, ausgiebigen Spaziergang oder vielleicht auch mal für den Besuch in einem Stadion. Ich sag mal jetzt, also auch bis Mitte Dezember wird ja auch noch fleißig Fußball gespielt bei uns in Deutschland. Ist so eine Jacke absolut fantastisch. Weil hier mal, um die Kinder zu beobachten, mein Sohn... Nicht nur Fußball, auch Eistadion oder so. Ja, zum Beispiel geht das auch wieder los. Beim Stützschulaufen, da ist so eine Jacke perfekt. Ja. Also Sie merken, die Einsatzmöglichkeiten sind schier unbegrenzt. Egal, ob Sie einfach nur mal einen schönen Spaziergang machen möchten. An so einem wunderschönen Tag wie hier. Guck dir das mal an. Fantastisch. Die Sonne und der Schnee ist schon richtig klasse. Aber es ist klirrend kalt. Das sieht man an den Nasen unserer Kollegen. Ja, wenn die so leicht rot werden rechts und links. Dann heißt es, die Temperatur ist recht stramm da draußen. Und da hilft mitunter eine normale Jacke nicht wirklich. Erst recht nicht dann, wenn man vielleicht auch mal zwei, drei Stündchen länger draußen sein möchte. Wetter mal mit den Kindern zum Rodeln oder einfach mal eine schöne ausgiebige Runde mit dem Hund am Wochenende zum Gassi gehen. Da sind solche Geschichten wirklich spitzenklasse. Und für noch nicht mal 95 Euro eine klare Kaufempfehlung von unserer Seite, liebe Zuschauer. Greifen Sie zu unter den 0181 51 51 und dreimal der 2 freuen wir uns auf Ihren Anruf und wünschen viel Freude damit.